Wir werfen heute einen Blick auf Felix Platter. Hier im Untergeschoss der Barfüßerkirche ist er auf diesem fast lebensgroßen Gemälde von 1584 zu bestaunen. Felix Platter ist ein ganz großer Sohn dieser Stadt Basel. Sogar ein Krankenhaus ist nach ihm benannt. Aber wer war Felix Platter? Sein Vater Thomas Platter hatte seine Karriere als Ziegenhirt in Grächen im Kanton Wallis begonnen. In der Folge konnte er dank diverser Stipendien erst lokal, später international eine humanistische Ausbildung genießen, um dann in Basel Drucker, Verleger und Rektor der hiesigen Lateinschule zu werden, dem heutigen Gymnasium am Münsterplatz. Thomas Platter wollte, dass es sein Filius Felix etwas einfacher haben sollte, also wenigstens die Sache mit dem Ziegenhirten überspringen. Thomas Platter war klar, dass die Zukunftswissenschaft in der Chirurgie begründet sein sollte. So wurde Felix Platter im zarten Alter von 16 Jahren im Oktober 1552 mit kleinem Geldbeutel und Pferd das Rhone-Tal nach Südfrankreich runtergeschickt, um in Montpellier Medizin zu studieren. In Basel war er immerhin der Sohn des Rektors der Lateinschule. In Montpellier ein unbekannter Nobody. So saß er in der hinteren Reihe des Vorlesungssaals und beschloss mit seinem WG-Kumpan Johannes Galotus die Chirurgie richtig zu verstehen. Aber was heißt das? Wikipedia gab es ja bekanntlich im 16. Jahrhundert noch nicht und Lernen heißt idealerweise verstehen, mit eigenen Augen sehen. Und so gingen die zwei des Nachts vor die Stadtmauer auf einen Klosterfriedhof und, sie werden es ahnen, sie werden es befürchten, richtig, frische Leichen wurden ausgebuddelt. Anfangs noch im kleinen Rahmen, später dann schon bewaffnet. Denn die leeren Gräber blieben nicht unentdeckt und die Mönche bewaffneten sich mit Pfeil und Bogen, um den Grabräubern aufzulauern. So viel sei verraten. Unsere zwei Forscher wurden nicht geschnappt. Sie schmuggelten zuweilen die Leichen in die Stadt, manchmal aber auch in Kneipen vor den Stadtmauern. In den Seelen dieser Spelunken wurde dann auf Tischen frisch und fröhlich sitzen. So wurde Felix Platter zu einem der besten Chirurgen seiner Zeit und nebenbei auch noch zu einem Begründer der Schweizer Rechtsmedizin, der Forensik. Zurück in Basel promovierte er 1557, wurde Professor und Stadtarzt. Er führte auch eine eigene Praxis und dort praktizierte er nicht, wie damals üblich, aus der Distanz des Praxistischs in lateinische Texte der Antike und des Mittelalters vertieft. Nein, er fasste seine Patienten im Rahmen der Untersuchung auch an und kam so zu viel unmittelbareren Diagnosen. Diesen praktischen Ansatz legte er auch seinen Studenten nahe, ermunterte sie, auch Hausbesuche bei Patienten zu machen. Auch in späten Jahren konnte Felix Platter die Sache mit dem Sezieren nie so richtig lassen. Wenn also einer seiner Patienten verstarb und keine Erlaubnis zur Obduktion vorlag, ihn aber die Todesursache brennend interessierte, nun ja, dann ging es des Nachts wieder auf den Friedhof und es wurde seziert. Dies ist übrigens keine üble Nachrede, sondern kann in seinem Buch Observationes nachgelesen werden. Felix Platter behandelte auch Patienten, die sich keinen Arzt leisten konnten, pro bono, umsonst. Er kontrollierte die Apotheker der Stadt und zu guter Letzt fiel ihm auch die Bekämpfung der Pest zu. Um 1600 war es ähnlich wie heute mit Corona. Hände waschen und, wann immer möglich, daheim bleiben. Je weniger sich daran hielten, desto heftiger wütete die Pest. Felix Platter machte jedoch etwas, was damals ziemlich einzigartig war. Er erfasste systematisch alle in der Stadt Erkrankten. Also wer verstarb und wer überlebte mit Geschlecht, Beruf und Adresse. Interessanter Befund seiner Zeit, bei den Frauen überlebten 60 Prozent der Erkrankten. Bei den Männern hingegen waren es nur deren 40 Prozent. Parallel zu dieser Liste widmete sich Felix Platter einer Stadtbeschreibung, wo Basel Straße für Straße, Haus für Haus aufgeführt ist. Dies geschah um 1610 zeitlich nahe beim Meriamplan, der die Stadt als Bild darstellt. Zusammen mit Felix Platters Pestbeschreibung sind dies eindrückliche Dokumente der Stadtgeschichte, die die Stadt als solche systematisch darstellen und die Bevölkerung in erheblichem Maße erfassen. Dies waren ein paar Schlaglichter auf Felix Platter. Mehr dazu gibt es hier vor Ort in der Barfüßerkirche. In diesem Sinne danke fürs Einschalten und auf bald, sei es analog im Historischen Museum Basel oder virtuell hier auf diesem Kanal. Oder natürlich beides.